Wir sind drei gegen zwei jetzt noch, oder? Ne, den einen haben wir noch nicht gesehen, oder was? Drei gegen zwei, drei gegen zwei, so. Da ist er! Habe ich. Drei gegen einen, nice. Jetzt ist nur noch Ash übrig. Und wie gesagt, sie hat von mir schon gekriegt. So, erste Runde Siege online. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe Westen verteilt. Die erste Runde, du hast gesagt, du kannst das. Ich habe ganz schlimm gelogen. Was müssen wir machen? Auf wen müssen wir aufpassen? Auf die Defend-Route. Die Defend-Route ist dein Freund. Okay, ist der Trolley so wichtig? Brauchen wir den zum Einkaufen? Okay, also wir sind ein Team, die Gegner sind ein Team. Und da ist schon gleich der erste Daumen. Was denn da passiert, bitte? Der ist rausgerannt. So, ich kann Barricades removen. Wie mache ich denn Barricades eigentlich? Bei mir ist es mittlere Maustaste. Ja, mit mittlere Maustaste, genau. Achso, aber da muss schon ein Fenster sein, gell? Da muss ein Fenster sein oder eine Wand. Also ich roame übrigens. Sonst wo. Oh, Achtung. Achtung, hier kommt diese Charge rein. Okay. Au! Du lebst wieder? Habt ihr aufgehoben? Cool. Wo ist der reingekommen? Warum bist du noch sehr laut? Oh. Ja. Einer ist am Weingang. Höf mal auf, euch erschießen zu lassen. Ich rallt überhaupt nichts. Das ist ja total abgefahren. Ja, es ist ein schweres Spiel. Ich habe Stacheldraht in unsere Base gelegt, weil ich nicht gerallt habe, was ich mache. Die sind schon bei euch drin, ne? Ja, die haben mir in der Tür gesprengt, direkt zur Bombe. Ich liebe euch. Ich komme ja nicht mehr bei euch rein. Aber jetzt ist das gut. Ich wollte mal rein. Okay, der hat... Ich habe einen gesehen, der ist... Der hilft euch natürlich, ja. Ja, doch, doch, doch. Hilft... Ah, ich... Okay, der hat mich. Kann mich einer holen? Kann mich einer holen? Kann mich einer holen? Okay, die stehen draußen. Abgefahren. 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 Oh, cool. Man sieht hier den Scha... Boah, jetzt kann ich... Achso, jetzt habe ich so Kameras. Hilft euch das? Was? Warum lebt denn der wieder? Ach, hier ist irgendwo ein Dock. Okay, also der Dock ist auf jeden Fall auch wichtig. Ah, fuck. Falsche Taste. Warte. Ob 4 ist die Biohazard-Kamera. Egal. Wuh! Cool. So macht man es nicht. Ja, das war ja zum Üben, ne. Zum Gucken. Ja, alles Übungsrunden. Ich mach dich jetzt erstmal leiser oder du nimmst dein Mikro aus dem Maul raus. Warte mal, ich kann ein bisschen weiter weg gehen. Ist so besser? So ist besser. Mach trotzdem leiser. Ja, vor Aufregung bin ich da so nah ran gerobbt. So auch selten, ne. Das hört man echt selten, dass Leute zu laut sind. So. Äh, ich nehme den Fuse. Achso, oder hast du den... Ich nehme den Hammermann. 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 Nice. Wie spinnt der Hammermann. Frack Grenade oder Breach Charge? Nee, Frack Grenade. Dafür hab ich den Hammer. Lieber nicht? Achso, ne. Moment. Wenn du Sledge bist, dann brauchst du das nicht. Ja, wurscht. Cool. Ich durfte es ja nicht mehr aussuchen. Ja. Denn der Hammer ist genauso mächtig wie, äh, die Breach Charge. Achso, richtig. Wiii. Ich bin ein kleines Auto. Ich seh auch gar nicht, warum der das überhaupt Glück nehmen kann, denn wie gesagt. Rebundant. Ja. Um die Kerze zu zerstören. Jetzt versuchen wir rauszufinden. Ach, deswegen sind diese Rolltore immer ein Stück auf, damit die Autos da durchpassen. Damit die Autos da durchpassen. Du kannst aber auch springen, ne? Ja. Okay, ich hab meinen Bösewicht gefunden. Ich auch. Dann wahrscheinlich... Ah, hier ist, ähm, hier ist, ähm, Militz auf dem Weg zum Keller runter. Er hat den Keller auch grad zugenagelt. Den Keller sitzen. Ja, dann sind die Keller auch da. Okay, das ist schwer, da unten reinzukommen, gell? 10 Sekunden zu gehen. Ja. Also, im Eingangsbereich ist auf jeden Fall ein Deckel noch nicht zu. Ich weiß nicht, ob der, ob der cool ist. Ja, ja, ja. Was hab ich denn jetzt hier alles für Kram? Ja, ja. Wir gehören nochmal hier in den Typen. Ui. Ich hab mit meinem Hammer in die Luft gehauen. Ey. Damit kannst du im Zweifel auch, äh, kinkeln. Komm, wir gehen zu der Rasse. Ja. Okay. So, falls ich... Lauf uns mal einfach hinterher. Okay, ich lauf euch hinterher. Huch, die grappeln hier die, die Wand hoch. Äh, Rook haben sie übrigens auch. Ja. So, cool. Gefällt mir echt gut. So, der Plan ist, dass wir durch den Keller reingehen, um eine Bombe zu entschärfen. Mit dem Entschärfungs-Koffer, ne? Wir können hier vorne auch, X-Lea. Oder wo willst du hin? Ich hab nur die Kamera hier zerstört. Achso, okay. Aber da ist halt eng, ne? Da müssen wir aufpassen. Aber ich hab nen Hammer. Geh mal weg. Eng ist n... Ja, ich wollte nur mal... Es hilft manchmal... Diesen kleines Löchlein rein zu holen. Achso, ich wollte einmal was Sinnvolles machen. Ich hab eben Westen verteilt. Das war gut. War gut, ja. Das ist doch gut gemacht. Jeder kann was, ja? Wir müssen... Ne, wir müssen in der Etage bleiben hier. Achso, ich dachte, wir wären im Keller. Ja. Du bist leiser, wenn du... Dich tust, genau. Ähm... Hier ist... So eine Mille. Hast du, äh... Laser? Ja. Die zeige ich dir jetzt mal, was du damit machst. Und zwar gehst du von der rechten Seite ran und schießt die einfach... Okay, das hab ich... Ich hab diese Mission hab ich übrigens fast alle gespielt. Oben, hast du das gesehen? Oben war ne... Ich schieß mal gerade hin. Da war ne Kamera. Ah, okay. Dafür kann man ja diese Tante mitnehmen, ne? Die von den GSG 9. Der hat doch diesen Scanner oder sowas. Warte, ich mach hier unten mal, äh... Ich bin gespottet worden. Hier muss irgendwo noch ne Kamera sein. Ja, eine hab ich. Jawoll. Was? Hast du... Mach mal hier die Luke auf. Die hier. Okay. Ich hab einen durch den Boden erwischt. Er ist auf. Haben wir, äh... Ich hab Abzüge bekommen. Ich hab Friendly Fire gemacht. Gegen eine unserer kleinen Autodrohnen. Naja, aussieht so schlimm. Oh, da ist einer drin. Oh, okay, da war Gas. Ach shit, ich wusste nicht, dass einer schon unten drin ist. Da hätten wir ja eigentlich alle mit üben muss. Ja. Soll ich jetzt hier mit reingehen, oder? X-Lear, ne, 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 ne. Bleib mal hier bei uns. Nicht alleine reingehen. Okay, ich kann mal. Ähm, X-Lear, hier haben sie die Dachluke, ähm, zugemacht. Vielleicht magst du die Tanten. Ja. Und ich hau derweil hier nochmal, ähm, die Granate rein. Ach, hier sind Löcher im Boden. Guck mal hier. Franz, komm mal hier grad gucken. Ja. Von mir. Jetzt kann ich hier so ein Ding auf den Boden setzen. Der schießt dann so Granaten nach unten in den Raum. Okay. Damit hab ich eben einen gekillt. Jetzt hab ich leider keinen gekillt. Woran konntest du das jetzt machen? Weil da Löcher waren, oder was? Weil das Holzboden ist. Ah, okay. Durchgängerboden ist. Es gibt diesen... Oh, der Green, der eine ist schon drin. Von uns. Deshalb müssen wir jetzt wohl auch mit. Ja. Ich geh mal rein. Drei, zwei, eins. Und hinter dir. Nice. Wirst du das abwertigen? Wow. Äh, der auf lang. Wo wir reingefallen sind, direkt geradeaus. Der sitzt hinten in dem Gang. Ja, ja, ich hab markiert. Da ist er. Oh shit. Der sitzt da immer noch. Kommt jetzt wieder. Er guckt jetzt raus. Three, four eliminated. Gut. Habe ich euch gerade meine Killcam beschrieben eigentlich? Ja. Ich bin ein Asset für euch. Ja, das hat auch funktioniert. Ja, cool. Das macht ja schon. Ich nehm wieder den Westenmann. Das kann ich. Und dann weiß ich jetzt auch, wie der Stacheldraht geht. Nehmen wir den Smoker. Den Stacheldraht legst du am besten nicht in den Raum, in dem du bist, den du verteidigen willst, sondern davor. Ja, das Problem ist, ich hab eben nicht gerallt, dass G nicht immer Granate ist, sondern auch das Tool. Das, weißt du, wenn das schnell gehen muss, ist das dieser Reflex. Das hat bei mir auch ewig gedauert. Oh, wir müssen die Garten gehen hier in die Zimmer. Ja. Ich will mal was vernageln. Hier kommt doch schon ne Drohne gefahren. Ich kann sie aber gerade nicht aufhören. Ja, ja. Oh, wie schnell sind die denn wieder gewesen. Okay, ich hab mal hier. Ich werd hier die ganze Zeit gespottet. Ich werd auch damit. Ich mag das nicht. Na, irgendwo hab ich grad gekillt. Pass auf einer. Ähm. Die Wand muss noch? Äh, ich geh hoch. Ein bisschen. Äh, die Wand. Eins weiter. Ah, okay. Fünf ist Kameras ankommen. Ja. Okay, wie kann ich Türen zu machen? Kann ich das überhaupt nicht? Äh, hier. Die müsste ich in den Türrahmen stellen. Und dann wird dir der Knopf angezeigt, mit dem du das kannst. So, Achtung, die laufen jetzt los. Ach, da. After Hurricane. Ich mach mal im ersten Stock ein Fenster auf. Okay, jetzt hab ich's gerallt. Aber das ist, der, der Hotkey ist ein bisschen schwer zu finden, oder? Ja, ja. Okay, das sind, sind das hier so Charges, die wir hier haben? Ja. Oh! Oh, du hast die Taschen, du hast die Dinger vergessen. Ja, ich bin der Trottel. Oben drin sindste, also über uns. Ich bin über euch. Na, da ist bei dir dann einer. Pass auf, ich kann ihn grad nicht spotten. Hier ist jetzt noch Rüstung, falls du's noch wieder zurück schaffst. Ich war zu blöd, ich war... Äh, ich komm jetzt nicht wieder zurück. Ich war so stolz, dass ich... Türen halt bei uns. Oh. Und Fuse. Okay, Fuse. Oh, jetzt kommt er bei mir rein. Da draußen ist einer von der Garage, der hat schon aufgemacht. Jetzt noch ein kleines Auto. Oh, der kommt oben durch. Die haben oben die Charge, äh, das Dach aufgemacht. Ich bin down. Der kommt oben durch das Dach. Wenn ich das richtig gelesen hab, hatte ich gerade niedrigen Blutzucker. Ach, ich bin so ein Wurstgesicht, ne? Fuck. Den hätte ich mal haben müssen. Haha, ich hab den einen mal ein bisschen erschreckt. Scheiße. Hätte ich da mal Gas rausgeworfen, das wär voll gut gewesen. Den Glas hab ich auf jeden Fall. Der Blitz ist noch draußen, der hat auch ein bisschen was gefangen. Ich hoffe, sie sterben alle in meinem Stacheldraht. Oh. Ah, da ist einer in der Garage, hinter dem weißen Wagen. Und einer kommt mit dem Schild die Treppe runter. Ja. Ah, der Engelmann. Ja. Jetzt kommt auch der dritte durch die Tür. Jetzt ist er gleich tot. Jetzt muss er sich nur umdrehen. Oh. Ja, ja, ja. Ja, komm schon. Oh. Oh, ich kann zugucken. Jetzt kommt er. Jawoll. Ja, hol den noch. Komm schon, ja. Ja, einen noch. Der sitzt hinterm Auto. Für dich auf 12 Uhr. Warte, 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 bleib. Der sitzt immer noch da. Da, warte, warte. Guck auf die Tür. Guck auf die Tür. Wow. Alter, du Raketenmann. Was bist du oder was, ey? Du wilder Typ. Geil. Das ist aber, äh, die... Der Roboter hat überhaupt nicht getroffen. Wo hat der hingeschossen? Das liegt auf jeden Fall. Das lag an dem Skin, den du auf deiner Maschinenpistole hattest. Das ist immer dieser Skin, ey. Ich nehme nochmal einen Fuse. Ich nehme nochmal den Hammermann. Da weiß ich auch, was ich... Ach, dass ich die Weste vergessen habe. Ohne die hätten wir wahrscheinlich auch verloren. Ja, die Westen sind schon stark. Ich hatte sie, äh, ja leider nicht. Und dann hätte ich wirklich den Blitz auch noch gekriegt. Ja. Ich war halt wieder völlig hierhin... Befrei. So, Autofahren kann ich gut. Whee! Drohnen, Franz. Huah! Huah! Die gibt's übrigens wirklich, ne? Also wenn du, wenn du mal... ... coole Geschenke kaufen willst, Fabian. Kleine Hüpfautos. Ja. Ihr läuft schon mal... ... Kapkan. Hu, der schießt auf uns. Die Frage ist, er wird wahrscheinlich... Äh, Keller. Die sind im Keller. Die haben... Die was? Oh, was ist jetzt? Irgendwie... Meine... Mein Auto war gestört. Na, das ist diese... Diese Jamba. Jamba, die die Klingeltöne verkaufen. Das ist das, was der Mute hat. Der kann so... Wie so WLAN-Router aufstellen. Und die stören dann, äh... Die Drogen. Find ich gemein. Biohazard Container located. Proceed to its location. Dann gehen wir mal wieder zum... Ach, jetzt sind wir schon da. Ich hab'n Hammer. Das sind... Das ist sechs. Das sind diese... Sind das diese Handys? Sechs... Ist das, was du noch nie hattest? Hihihi. Was ist denn da das? Ich hab' hier'n Gegner. Ach, das ist nur ein Tisch. Boah, diese Wies... Ne, ne, da ist ein... Da ist ein Gegner da. Ich hab' den angeschossen schon. Was ist denn? Ja, das worauf ich geschossen hab'n... Oh, Ankanate! Wer war das denn? Ich? Ich? Was muss ich doch können? Ich geh' mal... Ich geh' mal rechts rum. Komm mal, ich mach mich. Fabian ist Squad Leader, der... Muss uns nicht mal ansagen. Er sagt nur, was er macht, und wir folgen. Irgendwo wurde aufgeschlagen, was? Ah, ich geh' mal zur Garage und mach' der erst mal auf. Dann nerven wir die ein bisschen. Okay, komm mit. Ich muss euch warnen, meine Nase juckt. Das ist wie... Das ist passiert. Das ist wie FIFA jucken. Das ist, äh... Achso, du... Das ist nur... Aufregung im Spiel. Achso, ich hab' keine... Hast du ne Ladung? Ja, ne? Was denn? Äh, zum Aufwanden hier? Ich hab'n Hammer. Achso, dann mach doch mit nem Hammer, kriegste Punkte. Hammer, Franz! Obacht! Hammer! Hammer! Nice! Das Ding ist echt gut. Ob den Witz jemals jemals schon gemacht hat? Nie. Ich mach' hier mal noch ein Loch. Ich bin verwirrt. Was ist da passiert? Das ist gegenseitig erschossen. Ich bin so aufgeregt. Soll ich hier mal die Tür noch aufkloppen, oder? Nein, hör' mal auf zu kloppen, jetzt müssen wir schleichen. Oh, hier steht Schild. Mhm. Aua! Direkt in den Kopf! Boah, ich hab' ihn angeschossen, aber er hat mich auch direkt in den Kopf. Wo war der? Uns beide mit dem... Hinter dem Schild. Alter, Lachs! Ich war schon längst hinter dem... Unter weg, wieder. Achso, okay, die... Der war geschalldämpft, deswegen haben wir die Schüsse nicht gehört. Ich hab' ja gedacht, der hätte nur einmal geschossen. Nein. Das buggt aber manchmal auch. Du hörst dann einfach auf die Schüsse nicht. Ja, das war jetzt der Netcode wahrscheinlich hier, wo wir da gestorben sind. So, Rubberbending ist das Stichwort. Netcode und Lag. In meiner Killcam hab' ich niemals gesehen, dass der mich irgendwo annähernd getroffen hat, aber... Aber steht 2-2 jetzt, ne? So, ich nehm' nochmal einen Gasmann. Ich nehm' jetzt den Westenmann. Erinnert mich dran, wenn ich den Westenmann nehme, dass ich die Westen lege. Weste, Weste, Weste. Wir sagen's einfach so lang bis du's gemacht hast. Fällt dir ein cooler Reim auf Weste ein? Mir nichts. Weste, 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 Weste ist die Weste, 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 Weste. Ich hab's schon wieder vergessen vor lauter gelachen. Ich geh mal hoch und mach die Dachluke zu. Ja, hier ist auch wieder überhaupt gar nichts zu verstärken, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. So, ich hab jetzt gesagt hier. Da, da ist was. Gangen wir mal hier mit die Dachluke pingen? Moment, ich bin gerade hier am bauen. Ach, das ist die da hinten. Okay, da haben sie. Okay. Bin ich denn doof, muss ich auf die Erde gucken oder was? Ach, da. So. So, genau, genau. So, ich hab mal Stacheldraht. Wo soll ich denn in mein Handy gehen? Hier rein? Hier, so hier vor die Tür. Da, ne, genau. Auf die Seite, wo die Gegner kommen. Ich hab übrigens auch ein... Ja. Was hast du denn? Ne, ich bin nur dumm. Ich geh wieder, äh... Geh wieder eins höher. Du willst hoch? Dann soll ich zu mal hinter dir? Ja, mach gern zu. Du hörst hier unten, ich hab dir ein bisschen was verstärkt, damit du hörst, wo die sind. Ich hab die Weste vergessen! Komm schon! Ach ne, du hast ne Weste. Du bist fett. Was? Ich hab meine vergessen. Was? Wie fett? Ja, das ist die Weste, die trägt auf. Ich bin, äh... Stockwerk über euch. Das heißt, wenn die draußen irgendwie rum... Ne, die können ja gar nicht... Seid ihr im Keller oder nicht? Ja, ja, Keller. Selberraum. Ja, gut, da können die ja gar nicht von draußen nehmen. Oh, Fuse! Oh, fuck! Aua, aua, aua! Hat der die... Die sind über uns. Direkt über uns sind die Fabi. Hat der... Die kommen eins runter. Oh ja. Haben die hier das Loch in die Wand gekloppt eigentlich? Oder waren wir das? Ne, das waren wir. Den anderen hab ich auch. Alter! Monsieur... Fuego. Äh... Feuer, Fabian. Pass auf, jetzt hol ich auch noch den anderen. Ne, Gas. Oh, und da ist noch ein Flatter. Also noch über uns, ne? Ja, die Ash habe ich schon ziemlich angebomst. Hihihi. Äh, wo können die denn jetzt hier eigentlich... Können die überall durch die Decke kommen? Ist das hier so? Die können durch die Decke reintönen, wo ich jetzt pinge. Da. Da ist aber verstärkt. Da kann eine Termit rein. Das ist Ash, die da gerade markiert ist. Ja, okay. Die kann uns nichts eigentlich. Ne. Ich kenn halt auch noch überhaupt keine Maps. Das ist ja hilfreich. Ja, ja. Das dauert ne Weile. Äh... Ich bin in den Kameras. Von da... Hier von oben! Ja. Da können sie nur durchschießen. Okay. Oh, die haben... Oh, der ist zu schnell. Last time to that. Ich hab ihn gesehen, aber nicht erwischt. Jetzt gerade wär halt Schalldämpfer total super gewesen. Wir kommen jetzt gleich von allen Seiten. Ja, jetzt machen sie hier gleich auf. Irgendwas ist... Irgendwo ist einer getroppt. Das könnte sein, dass er hier... Das könnte sein, dass er hier... War ne Handgranate? Oh fuck. Hier ist ein Schweißbrenner irgendwo. Ah. Na, da kommt er jetzt durch gleich. Das ist Termit. Ja. Hab ihn. Nice. Der stand in meinem Stachel drauf. Iiii. Ich bin übrigens fast tot. Ist so jemand Doktor? Ja. Ich kann dich aufheben. Gibt's das... Du kannst dich heilen, oder? Ach ne, das ist meine Weste. Ach so. Ich kann das mal probieren, ob ich dich heilen kann. Ne, ne, ich bin... Meine Weste ist noch auf 15. Ne, ne. Das ist... Das... Nein, nein. Das ist dein Leben. Er sitzt auch wieder da hinten auf lang. Ja. Ich sag immer, der sitzt auf lang. Bei diesem Käfig. Weißt du, was ich mein? Ja. Ah, jetzt kommt er hinter euch durch. Auf der anderen Seite. Ist markiert. Ist markiert. Seht ihr? Franz, bei dir. Ach da. Warte. Ja. Stell dich hin, stell dich hin. Ne, ne. Weiter nach rechts. Oh. Top 4 eliminiert. Nice. Das war, glaub ich, mein erster Kill. Ui, der kommt so um die Ecke gesprintet. Voll erschrocken hab ich mich. Ich hab eben tatsächlich Bonuspunkte für Headshot und Stacheldraht bekommen. Ach was? Äh, der stand scheinbar, oder ist durch mein Stacheldraht gelaufen und dann erschaß ich ihn. Und dann war es vorbei mit ihm. Ah, schön. Für die Stärkung schwacher werben. Sehr schön. Da haben wir alle wieder was gelernt. Boah, das gibt ja richtig dick Punkte. Ja, cool. Das war eine schöne erste Runde und das sind genau 20 Minuten. Ja, sweet. Super. Ich hab übrigens nicht gesagt, wer ihr seid. Es tut mir leid. War es die ganze Zeit, aber dann hab ich vergessen. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, wer ich eigentlich bin. Ja. Aber wie auch immer. Äh, ich glaub ich, wir machen noch mehr davon, oder? Ja, ja. War eine coole Runde. Und, äh, ja. Das ist dann aber ein anderes Video. Bis später. пример da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 ... Das ist dann aber schegger statt mit einem Analy corden. Und, um, Jan.